Der Wächter der Meere In einer Zeit, in der die Welt bereits von den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels gezeichnet war, lebte der letzte Wal auf der Erde. Sein Name war Solon und er war ein stolzer Blauwal. Doch er war nicht wie die anderen Blauwale. Solon war bunt. Die Geschichte von Solon begann viele Jahre zuvor, als die Ozeane noch von einer Vielzahl majestätischer Wale bewohnt wurden. Sie durchstreiften die Weiten der Meere und sangen ihre melodischen Lieder. Doch die Menschen hatten die Welt verschmutzt und die Meere erstickten unter Plastik und Chemikalien. Die Temperaturen stiegen und die Eisberge schmolzen. Die Nahrung der Wale verschwand und ihre Populationen schrumpften. Maris, Solons Mutter, war eine erfahrene und weise Waldame. Sie hatte die Veränderungen in den Ozeanen miterlebt und ihren Sohn immer ermutigt, sein besonderes Geschenk zum Wohl der Welt einzusetzen. Gemeinsam durchstreiften sie die gefährlichen Gewässer auf der Suche nach Nahrung und einem sicheren Ort, an dem sie leben konnten. Doch eines schicksalhaften Tages geriet sie in eine tödliche Falle. Maris verfiegen sich in einem gigantischen Netz, das von skrupellosen Fischern dort ausgelegt worden war, um illegal Wale zu fangen. Solon konnte nur hilflos zusehen, wie seine Mutter verzweifelt um ihr Leben kämpfte. Trotz ihrer enormen Stärke konnte sie sich nicht aus den Maschen des Netzes befreien. Schließlich ertrank Maris inmitten des Ozeans, eingesperrt in einem tödlichen Gefängnis aus Plastik und Draht. Ihr Tod war eine Tragödie, die Solon zutiefst erschütterte. Er hatte nicht nur seine Mutter verloren, sondern auch die zerstörerische Macht miterlebt, die die Menschheit über die Ozeane gebracht hatte. Solon schwor, dass der Tod seiner Mutter nicht umsonst gewesen sein sollte und setzte fortan unermüdlich seine einzigartige Fähigkeit ein, um die Welt zu verändern. Solons Haut begann sich nach einiger Zeit zu verfärben. Sie schillerte in den Farben des Regenbogens. Er wurde zu einem bunten Wal in einer grauen Welt. Diese Veränderung hatte einen Grund. Solon konnte die Giftstoffe, die in den Ozeanen schwammen, aufnehmen und neutralisieren. Er wurde zu einem lebenden Reinigungsfilter für das Meer. Ein Symbol der Hoffnung inmitten der Verzweiflung. Die Menschen erfuhren von Solon und begannen, seine Geschichte zu verbreiten. Sie nannten ihn den Wächter der Meere und erzählten von seinem heldenhaften Kampf gegen die Verschmutzung. Die Welt begann aufzuhorchen und verstand endlich, dass sie die Ozeane nicht länger vernachlässigen durfte. Solon wurde zum Botschafter zwischen den Menschen und der Natur. Er reiste von Küste zu Küste, erzählte von den Schrecken, die er gesehen hatte und appellierte an die Menschen, ihre Lebensweise zu ändern. Die Ozeane waren sein Zuhause, aber er hatte erkannt, dass sein Schicksal und das der Menschheit miteinander verknüpft waren. Doch die Zeit war knapp. Trotz Solons Bemühungen verschlechterte sich der Zustand der Meere weiter. Die Temperaturen stiegen unaufhaltsam und die Stürme wurden immer heftiger. Die Menschen kämpften gegen die drohende Klimakatastrophe, aber es schien, als wäre es bereits zu spät. Eines Tages strandete Solon an einem einsamen Strand. Sein Körper war geschwächt von den Strapazen seiner Reisen und von den Folgen der Verschmutzung. Die Menschen, die ihn gefunden hatten, versuchten verzweifelt, ihn zurück ins Wasser zu ziehen. Doch es war zu spät. Solon konnte nicht mehr atmen und seine Augen blickten in den Himmel, während er langsam starb. Sein Tod war ein Wendepunkt für die Menschheit. Die Bilder von Solon des bunten Wals, der sein Leben dem Kampf gegen die Umweltzerstörung gewidmet hatte, gingen um die Welt. Die Menschen erkannten, dass sie nicht länger ignorieren konnten, was sie der Erde antaten. Der letzte Wal auf der Erde war gegangen, aber er hatte eine Botschaft hinterlassen, die die Welt verändern sollte. Solon war nicht nur ein Symbol für den Verlust der Natur, sondern auch für die Hoffnung, dass die Menschheit endlich aufwachen und handeln würde, bevor es zu spät war. Es war an der Zeit, die Ozeane zu schützen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Erde zu heilen, bevor es keine Wale mehr gab, um uns an unsere Verantwortung zu erinnern. Das war nicht nur ein Symbol für den Klimawandel, sondern auch für den Klimawandel zu erinnern. der Klimawandel, das war nicht nur ein Symbol für die Welt.